Hallo, ich bin euer Stefan von vegane Zeit und das ist mein Beitrag zum WeltveganTV Blogger Award. Und zwar, was können wir Menschen tun, um den Planeten jeden Tag ein bisschen besser zu machen? Erstmal, wer mich nicht kennt, ich bin der Stefan von vegane Zeit. Ich habe einen YouTube-Channel, ich bin auch viel auf Instagram unterwegs. Wenn ihr euch für mich interessiert, guckt einfach mal vorbei, sucht einfach nach vegane Zeit. In einem Wort sollte das leicht zu finden sein. Aber zurück zum Thema, und zwar, was können wir Menschen tun, um den Planeten jeden Tag ein bisschen besser zu machen? Ich finde, ganz, ganz wichtig ist, sich an den kleinen Dingen aufzuhängen. Also wirklich die kleinen Dinge, die machen es aus. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir gehen zum Beispiel jeden Tag einkaufen. Jeden Tag, statt eine Plastiktüte zu kaufen, nehmen wir unsere Stofftüte mit oder verwenden die Plastiktüte, die wir haben, nochmal. Wenn man das hochrechnet, sind wir im Jahr bei 365 Plastiktüten, die wir uns einsparen. Wenn das 10 Leute machen im Jahr, dann sind das 3500 Plastiktüten. Wenn das aber 100 Leute machen, dann sind das schon mal 35.000 Plastiktüten. Und so weiter und so fort. Also das heißt, wir müssen uns wirklich auf die kleinen Dinge konzentrieren. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Wir dürfen nicht zu groß denken. Da fängt es schon mal an mit den Plastiktüten. Dann halt einfach die tierischen Produkte wegzulassen. Da spreche ich auch die Leute an, die nicht vegan sind. Esst einfach mal weniger tierische Produkte. Und dann ist auch nochmal wichtig, begegnet den anderen Menschen nicht mit einer gewissen Intoleranz. Wir sind jetzt Veganer, die anderen sind keine Veganer. Begegnet denen aber nicht mit einer Intoleranz, sondern geht auf sie zu. Bringt denen was bei. Erklärt denen das. Wir waren vorher auch nicht vegan, beziehungsweise ich war vorher kein Veganer. Ich wusste teilweise auch nicht, was ich anstelle. Deswegen müsst ihr euch im Klaren sein, dass die Leute das nicht wissen, was Sache ist. Und sie meinen es vielleicht auch nicht böse. Klar gibt es auch Ignoranten. Aber ihr müsst es im Guten versuchen. Versucht im Guten auf die Menschen zuzugehen. Und dann merkt ihr auch, dass die anderen Menschen es auch eben mit Toleranz euch begegnen. Und nicht mit Intoleranz. Und vielleicht auch anfangen nachzudenken. Und wenn wir es nur schaffen, den Menschen dazu zu bringen, ein Stückchen Fleisch am Tag weniger zu essen. Dann ist er vielleicht ein paar Wochen später zwei Stückchen Fleisch weniger. Und so weiter. Klar, es klingt am Anfang nicht so toll. Aber wenn wir in die ferne Zukunft blicken, können wir sehr viel damit erreichen. Und dann haben wir für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, haben wir in einigen Jahren, vielleicht werden wir es nicht mehr erleben, aber die Welt unheimlich viel besser gemacht. Wir müssen nur zusammenhalten. Und das war dann mein Beitrag zum Weltvegan-TV-Blogger-Award. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann votet für mich. Und ich hoffe, euch irgendwann mal in Zukunft oder in naher Zukunft wiederzusehen auf meinem YouTube-Channel Veganezeit oder auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.